Schau mal da Ja Tiger Was machst du denn hier? Hallo Wer ist da? Hey aufwachen Zeit zu arbeiten Wo ist denn Jason? Das geht dich gar nichts an Jetzt geh ich Kennst du es ja Ja Viel Spaß Ja ja werde ich Sicher Ähm ok Ich kann hier nicht so arbeiten Wenn sie so Oh mein Gott Meine Fresse Warte mal Hatte ich nicht mal ein Kabeljau Ich hab mein Kabeljau gar nicht mehr Den haben sie mir abgenommen Solche Haralds Solche blöden Die haben mein Kabeljau einfach genommen Aber wo ist Jason dann bitte? Jason ist weg Er ist einfach weg Er ist einfach weg Er ist einfach weg Ich hoffe der Link geht's gut Was ist denn wenn ihm was zugestoßen ist? Was soll ich denn da machen hier? Ich weiß nicht ob ich alleine hier so einfach wieder rauskomme Natürlich habe ich auch Tiger Aber ich weiß nicht Ok mal Ich würde ein wenig weiter arbeiten Vielleicht darf ich ja sogar früher gehen Weil ich ja auch nur allein bin ich Ach man Ich hab keine Fackel hier hinten Ich muss mir die mal hier so Mitnehmen Ach Ok So Einfach mal den Gang so ein wenig So ein wenig weiter hier Das wird schon passen So 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 Man ist das hier na Ach Arbeit Ich tun auch die Beine so schnell weh Weil dieser Untergrund die auch so blöd ist zum Gehen So So jetzt geht mir auch Jetzt geht mir auch schon so gewiss Holz aus und Ach meine Fackel Jetzt geht mir schon das Holz aus Kann ich Kann ich mal so lange hier unten arbeiten? Ich geh mal nach hier vorne Ich werde es dann einfach mal fragen ob ich Ob ich nicht vielleicht sogar Einfach gehen kann Meine Spitzacke Fühlt sich auch nicht mehr recht halb an Will auch gleich brechen Aber da ist Ach Spitzacke ist schon zerbrochen Das ist Mann So vielleicht Vielleicht kann ich ja Früher aufhören Das wäre ziemlich gut Geh mal hoch Äh Hallo Könnte ich vielleicht früher aufhören Also Wenn nicht weil ich bin ja auch alleine Es ist zu viel Arbeit unten Ja Ach Gut Warte ich leg mal die Fackel ab Schmeiß das ganze hier rein Die Fackel auch gleich So Ja Könnte Danke Könnte ich zur Zelle Ja Ja Danke Da ist zu Da ist zu Ja Jason Wo warst du denn? Wann warst du denn nicht hier vorhin? Eine Wache hat mich mitgenommen und mir mitgeteilt Dass ich demnächst in ein neu erbautes Lager quartiert werde Was? Das Das heißt wir müssen ja gleich innerhalb der nächsten Tage noch ausbrechen wenn wir hier weg wollen Sonst bist du auch Sonst hast du ja keine Chance Oh mein Gott wir müssen gleich morgen schauen ob wir irgendwie mit Tiger reden könnten Ob er uns da hilft Ja Ja okay Ich leg mich aber glaube ich jetzt erstmal schlafen Ich werde auch ein wenig überlegen und was ist eigentlich mit der Leiter auch passiert Diese Und die Leiter Ja Hm Ist auch schon ein bisschen alt Aber Es wirkt auch so es wäre vielleicht Ja egal Ja ach Gute Nachts Schössens Ach Schnauchen Gute Nachts Gute Nachts Gute Nachts Gute Nachts Gute Nachts Gute Nachts